Auch in dieser Woche begrüße ich dich auf Gotland. Wir schauen uns die Lehrkraft Raukare an, den schönsten Leuchtturm von Gotland. Dann geht es in die Hauptstadt Wisby und wir vergießen ein paar Tränchen am Ende unseres Sabbatjahres. Im ersten Teil unseres Gotland-Videos, in dem wir einmal um die ganze Insel Gotland gefahren sind, ging es zur Blauen Lagune, in den Alten Hafen, zu wunderschönen Fischerdörfern und natürlich zum schönen Leuchtturm ganz im Norden. Ebenfalls besuchten wir den größten Strand Gotlands. In diesem Teil schauen wir uns den schönsten Leuchtturm der Insel an, die Steppe und genießen den Sonnenuntergang. Also, lass uns doch ein Abo und ein Like da. Danke dir, los geht's! Guten Morgen! Wir sind bei dem Bekannten Raukaren von Lehrgraf oder Lehrgrafsviken und hier soll es ein Felsentor geben. Schauen wir uns mal an. Über Jahrtausende haben Wind, Wetter und Meer aus dem Kalkstein bizarre Formen gebildet, die sogenannten Raukare. Etwas Typisches für Gotland und überall zu finden mit ganz besonderen Namen. Elefant, Kaffeekanne oder auch Indianer. Gotland hat viele Leuchttürme, aber nicht alle sind so schön wie der von Nersholmen. Wir laufen jetzt über die kleine Halbinsel bei einem gemütlichen Spaziergang und gucken mal, ob wir den Leuchtturm entdecken. Das ist ein Felsentor, Kaffeekanne oder auch der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm. Das ist ein Felsentor, Kaffeekanne oder auch der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm, der Leuchtturm. Das ist ein Felsentor, Kaffeekanne oder auch der Leuchtturm. Wir sind auf Nersholmen angelangt. Hinter uns beginnt das Naturschutzgebiet Gotländische Steppe. Das klingt spannender als es ist, denn jeder von der Schwäbischen Alb kennt das. Wiese, Wacholderbüsche und Schafe. Dennoch eine einmalige Kultur- und Naturlandschaft. Wir laufen weiter. Wir sind am Nährholz. der Leuchtturm, dem Nährpöhr, angelangt. Ein wirklich schöner Leuchtturm, auch wenn es hier ziemlich zugig ist. Die Drohne kann ich mal wieder nicht starten, denn es ist ein Naturschutzgebiet. Umso schöner machen wir ein paar Fotos von drumherum. Das ist das Verwissen. Das ist das Verwissen. Das ist das Verwissen. Gotland ist nicht nur bekannt für seine Kartoffeln und seine Gotland-Schafe, sondern auch für Trüffel. Ja, tatsächlich, hier wachsen Trüffel und sie werden fleißig gesucht und verkauft. Darum gibt es auch hier Trüffelchips. Ob Parmesan jetzt unbedingt von Gotland kommt, glaube ich nicht, aber wir testen mal, wie trüffelig Trüffelchips schmecken. Sie sehen aus wie Chips. Sie schmecken nach Chips? Also einen Hauch Käse hätte ich rausgeschmeckt, aber Trüffel wirklich nicht. Ob es original Trüffel ist? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja, ja. Warum besitzt eine kleine Stadt wie Wispi so viele Kirchen? Das hat folgende Gründe. Zum einen war Wispi damals im Mittelalter eine Großstadt, denn es war nicht viel kleiner wie heute. Und zum Zweiten lebten hier sehr viele Händler aus sehr vielen verschiedenen Nationen, die hier zusammentrafen. Und jedes Land und jede Nation brauchte natürlich eine eigene Kirche. Es duftet im botanischen Garten. Keine Sorge, ich bin nicht schon wieder im Thai-Palast im Angermans-Land. Ich verlinke es dir hier oben. Nein, ich bin im botanischen Garten in Wispi. Da kann man zwei Sensationen nennen. Zum einen gehört das hier zur Universität Wispi. Die ist heute zwar nur noch eine Außenstelle, trotzdem hat das kleine Städtchen eine Universität. Zum Zweiten wachsen hier Pflanzen wie Feigen, Walnüsse, die sonst in Schweden nicht vorhanden sind. Denn Wispi verfügt über ein besonders günstiges und mildes Klima. Mein Freund Karl von Linne hat eine ganz schöne Hakennase, aber sonst ein toller Karl. Wir stehen hier vor den morschen Toren der Kirche St. Olaf. Die ist dem heiligen Olaf gewidmet, dem wir schon auf dem Olafswegen gefolgt sind. Ich verlinke es dir oben. Ich verlinke es dir oben. Ich verlinke es dir oben. Wie in jeder schwedischen Stadt gibt es auch in Wispi in der Mitte den Stora Target, den großen Platz. Hier neben der größten Kirchenruine findet im Sommer das Mittelalterfestival statt. Jedes Jahr kommen hierzu tausende Besucher. Hier gibt es auch tolle Restaurants und ich ließ es mir nicht nehmen, zum Abschluss meines Sabbatsjahres ein richtig leckeres Essen zu genießen. Es gab Lamm und es gab einen wunderschönen Nachtisch mit einem Safranpfannkuchen. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Amen. Mit diesem wunderschönen Blick geht unser Spaziergang durch Wispi zu Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Guten Abend, hallo. Ein bisschen traurig und ein bisschen sentimental sitzen Maxi und ich jetzt hier und sagen Tschüss. Denn hier geht unsere Reise durch Gotland zu Ende, aber hier geht auch unsere Reise durch Schweden und Norwegen zu Ende und unsere Reise durch ganz Nordeuropa, das wir im letzten Jahr dank eines Sabbatjahres machen durften. Fantastische Erlebnisse liegen hinter uns, wunderschöne Landschaften, fantastische Begegnungen und viele, viele, viele tolle Wochen und Monate. Wir sagen Danke. Danke für diese tolle Erlebnisse und dass wir die gesund zu zweit erleben durften, aber auch Danke an dich fürs Zuschauen, fürs Kommentare schreiben, für die Rückmeldungen, die Likes und die freundlichen Worte, die wir zwei in den letzten Monaten erhalten haben. Vielen, vielen Dank dafür, für die Unterstützung. Wie es weitergeht, werden wir es sehen. Ich muss jetzt wieder ein bisschen arbeiten und schauen, ob und wann und welche Videos ich so machen werde. Irgendwas wird kommen, also bleibt uns treu. Maxi und ich sagen noch einmal ein dickes Dankeschön und jetzt gehört der Sonnenuntergang uns beiden. Tschüss. Wiese, Wacholder Streuser, Streuser. Ein kurzer Spaziergang später und wir sind am Nährholmenleuchtturm, dem Nährholmenleuchtturm.